Wir machen ein bisschen Humor am Schluss, das soll im Fernsehen ja gut funktionieren, Quote und so, bringen immer was lustiges, nicht? Wir spielen einen Witz, es ist ein Arztwitz, du bist der Arzt, das ist das Skript, ich fange an, ich komme zu dir, du sagst das und dann sage ich das und dann lachen wahrscheinlich alle. Bist du soweit? Ich will mich noch ein bisschen reinfinden. Achtung! Herr Doktor, irgendwie bin ich in letzter Zeit so vergesslich. Wie äußert sich denn das? Was? Er zieht, er zieht, schön langsam, aber er zieht. Das war ein First Take, aber ich würde dann ein bisschen daran arbeiten, wenn wir das gemeinsam auf die Bühne bringen, täten, würde ich schon sagen, da machen wir noch was draus. Er zieht, 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 er zieht. Untertitelung des ZDF, 2020